Willkommen zu unserer ersten Folge der Crank Show. Hier gibt es die ganze Wahrheit. Und an meiner Seite steht Sarah, die Wonder Woman, und wird uns mit harten Fakten zum Film Killers Bodyguard 2 versorgen. Und an ihrer Seite ist der Sensationsbarkeeper Danny aus Berlin. Er wird uns einen Cocktail zum Film kredenzen, denn wenn er schüttelt, dann wirst du gerührt. Jetzt aber erstmal Sarah mit den Fakten. Ja, Teil 2 der rasanten, bildgewaltigen, unglaublichen, granatenstarken Sensations-Action-Komödie mit Samuel L. Jackson. Abonniert die Scheiße! Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, äh, noch mehr, noch schneller, noch lustiger kommt natürlich die Devise der absolut gute Personenschützer Ryan Reynolds. Wusstest du, dass Ryan Reynolds an der Highschool durch den Dramakurs gefallen ist? Und trifft auf den Killer Samuel L. Jackson. Äh, wusstest du, dass Samuel L. Jackson im ersten Teil 41 Mal Motherfucker gesagt hat? Und ich weiß sogar warum, du willst das bestimmt wissen. Er hat gestottert in seiner Jugend. Und weil er nicht wusste, was er dagegen machen soll, ist er in die Schulbibliothek gegangen, hat ein Buch gefunden, das ihm die Rettung versprach. Nämlich, er soll sich auf einen Kraftausdruck konzentrieren. Motherfucker. Ja. Jetzt weißt du es. Voll. Ja, äh, Entschuldige. Bitte. Ja, seine Frau Salma Hayek. Wusstest du, dass Salma Hayek 2006 einen Preis gewonnen hat für die beste Nacktszene? Es war, äh, Ask the Dusk mit Colin Farrell. Ich hab ein Foto, nicht von Colin. Ich hab von Salma. Ja, Salma Hayek hatte in der ersten Folge eine Nebenrolle und ist jetzt aufgestiegen und flucht, dass sich die Balken biegen. Halt jetzt die Fresse und lass mich endlich ausreden. Hallo. Ich denke, ich soll hier einen Film promoten. Ja. Also wirklich, das kann nicht sein. Und abonniert die Scheiße. Ja, also der Kinostart von Killers Bodyguard 2 ist am 26. August. Also geht hin. Äh, Danny? Ich glaub auch, ich mach das mal. Vielleicht machst du mal einen Cocktail, so ist es geil. Hier den Cocktail zum Film Killers Bodyguards 2. Der ist auch ziemlich einfach zu machen. Ich nehme ein bisschen Tequila. Dazu ein bisschen Zuckersirup. Dann Zitronensaft und Limettensaft. Und als besonderen Kick machen wir da dann noch ein bisschen Zimt da rein. Zitrone pressen wir frisch, äh, die Limette pressen wir frisch. Dann schütteln wir das... Den Zimt hat er vergessen, guck mal. Aber der braucht ja einen besonderen Kick, also kriegt er den Zimt-Kick dazu. Dann schäken wir das Ganze. Und trinken das zum Füllen. Ui! Hätte ich gern. Kriegst du. Er riecht gut. Nach guter Laune auf jeden Fall. Hat so ein bisschen Kaipi-mäßiges. Basiert ungefähr auf der Idee. Würde ich empfehlen. Auf jeden Fall killt er dich. Ich will öfter Aufnehmer schauen. Der Sinn dahinter. Das Rezept dazu kriegt ihr hier unter der Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail, dann schicken wir euch das Rezept dazu, falls ihr den Text von Denny vergessen haben solltet. Ansonsten, das war die Crankshow für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann... Abonniert die Scheiße. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hoffentlich. Und es war mir eine Freude. Guckt wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.